A-A-A-A-Games THQ Und Kakerlaken The way it's meant to be played Nvidia Metro 2033 Ich bin in Moskau geboren Aber ich kann mich an nichts aus dieser Zeit erinnern Die alte Welt wurde in den Flammen des nuklearen Feuers vernichtet Als ich noch ein Kind war Zusammen mit 40.000 anderen rettete ich mich in die Metro Stationen Tief unter der Stadt Seitdem sind 20 Jahre vergangen Und der Aufstieg in die Umarmung eines endlosen Winters Ist nur wenigen tapferen Seelen vorbehalten Die Metro wurde zu unserer Heimat Und zur Festung Gegen die altraumhaften Mutanten der Tunnels Wir hatten jedoch nie die Hoffnung aufgegeben An die Oberfläche zu können Doch eines Tages tauchte eine neue Bedrohung auf Und so fanden wir uns in einem Krieg wieder Der unsere Existenz bedrohte Metro 2033 Fear the Future Ich hab dafür abgestimmt Es hat lange gedauert Bis ich es endlich spielen konnte Aber LA Noire ist vorbei Und direkt im Anschluss soll Metro 2033 kommen Und ich habe ein bisschen Angst Das muss ich ja zugestehen Ich habe mich natürlich ein bisschen quer gelesen Über dieses Spiel Worum es geht Und was mich da so erwartet Und mich hatte vor allen Dingen Die Ansage geschockt Dass es auch Teile aus dem Survival Horror Genre hat Dieses Spiel Was ich ja super gut kann Ich meine ich kann Shooter ja schon sehr gut Und dann Survival Horror Shooter kann ich noch viel besser Aber ihr habt dafür abgestimmt Ich hoffe ich halte es durch bis zum Ende Aber seid mir nicht böse Falls dem nicht so ist Ja ich habe schon alles eingestellt Jetzt oder nie Jetzt oder nie Und äh Ich würde sagen Ihr habt es euch lang genug gewünscht Ihr habt lange genug darauf gewartet Jetzt ist es Zeit Ein neues Spiel zu starten Nein ich will nicht Doch wir starten jetzt dieses neue Spiel Nein ich möchte nicht Doch wir müssen jetzt dieses Spiel starten Rebben Nein aber ich will nicht Doch komm Du klickst jetzt einmal auf neues Spiel Und dann lässt dich mal überraschen Was da so kommt Nein ich möchte nicht Doch du machst das jetzt Nein ich will nicht Doch Äh natürlich Ranger 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 Hardcore Ne wir machen das Normal oder einfach Wir machen es mal auf normal Vorgeschichte Der Tunnel wurde kälter Miller und ich waren nun knapp unter der Oberfläche Schon bald würden wir in den heulenden Wind klettern Um uns einen Weg durch die Albträume zu kämpfen Die uns dort erwarten Meine lange Reise näherte sich dem Ende Aber hatte ich die Courage Den Willen alles durchzustehen Nein Doch hast du Hey Artyom Ja Als du deine Heimatstation verlassen hast Hast du da jemals gedacht Dass wir an einem solchen Ort landen würden Nicht wissend ob wir dabei sind Unsere Welt zu retten Oder sie direkt in die Hölle zu schicken Nein Habe ich nicht Ich kann nicht russisch Ich kann den russischen Akzent nicht Oh kein Weg zurück Wir russen durch den Außenposten Um die Oberfläche zu erreichen Okay Irgendwas bewegt sich im nächsten Raum Öffne das Tor Ich decke dich Hier Ah C ist drücken Die Scheiße geht dir ständig kaputt Öffne das Tor mit dem manuellen Hilfssystem Okay Wenn du das sagst Miller So heißt du doch oder? Oder ist das dein Name? Artyom Schau in diesen Kisten nach Moon Und Medipex Nach Moon? What the fuck ist Moon? Was ist das? MGE drücken Ja ist die jetzt besser oder schlechter als meine? Ich weiß es nicht Ich kann sowas haben Was ist das? Ah ich hab Licht angemacht Yay Ich habe Licht gemacht Bereit hat Jungs? Nee Warte doch mal Ich sammle noch Weil sammeln kann ich Drücken sie leer zum Springen Muss ich hier Ah Okay Auf nach oben Okay Muss mal eben meine Tastatur ändern So F Ah Ein Lämpchen Das finde ich gut Finde ich gut Bevor wir an die Oberfläche gehen Musst du die Gasmaske anlegen Ohne sie bist du wie ein Fisch auf dem Drücken Okay Wir sind fast da Dies ist das Korolev Theater Es ist ganz Ganz nah am Turm An vielen Orten Und insbesondere an der Oberfläche Benötigt man zum Überleben eine Gasmaske Beginnt ihr Charakter zu husten Müssen sie G drücken Um die Gasmaske anzulegen Nehmen sie die Gasmaske wieder ab Indem sie G gedrückt halten Um zu sehen wie lange der Filter noch hält Können sie auf ihre Uhr schauen Indem sie T drücken Okay Ganz nah am Turm Okay Wie geht das? Wie geht er? Ah ja Was? Wer wo? Warum? Ah 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 Lade nach Stirb doch mal Meine Fresse Versuchen wir es mal Wir ziehen Ja zieh mal Wo muss ich dir jetzt helfen Da gründet schon wieder wer Lass uns gemeinsam ziehen Okay Bereit? Ja ja Iiii 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 Aua Ich bin hingefallen Raus hier Ich drücke mal T Was passiert dann? Ach muss ich halten Und hier ist es Was? 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 Was denn? Unser Ziel Ja hier wollte ich unbedingt hin Kommen Ulman Bitte kommen Ulman Ende Ich höre sie laut und deutlich Ende Wir sind am Turm Ich wiederhole Wir sind am Turm Ist die Gruppe ausgerückt? Ende Bestätigt Wir haben Kontakt Sie sollten jetzt in der Nähe des Turms sein Ende Verstanden Wir kontaktieren sie wieder wenn wir oben auf dem Turm sind Holen uns einen Überblick dort Ende Ja gehst du Ja bitte Das ist gut Ah Ich kann auch Voll grad sagen Mit Shift bestimmt sprinten Geh mal schneller alter Mann Was denn? Was hast du denn? Was? Gott ey Schreck mich doch nicht so Wer ist wo? Ah Autos Und jetzt? Will ich hier mitfahren oder was? Achso Okay Bin froh sie zu sehen Oberst Haben sie das gehört? Hören sie Was zum Teufel ist das? Was ist was? Ich möchte nichts damit zu tun haben Ich hab Zivildienst gemacht Ich hab keinen Wehrdienst gemacht Wir sind nur drei Es wird ein kleiner Kreis Ach wir sind vier Das ist kein Kreis Okay Was ist meine Kehrseite? Ja toll Soll ich schießen? Soll ich nicht schießen? Da kommt einer Okay Scheiße ist das Zeichen oder was? Ich seh niemanden Da hinten Okay Da sind welche Ah scheiß Nachgelade immer Aua 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 Weg ey Geh zu den Nichtspieler Charakteren Aber nicht zu mir Das ist glaube ich Hallo Kann der mal sch- Hallo Aua 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 Ich glaube ich habe dieses Spiel verloren Was? Was hat der mir hier für ein Spiel aufgeheizt? Aha Ah Acht Tage vorher Was hat das? Das Leben war nie leicht in den Tunnels Aber es war unsere Heimat Die Routine Jeden Tag die gleichen Leute zu sehen Das war tröstend Aber seit die Angriffe der Mutanten eskalierten Wurde die Station von Furcht beherrscht Ich war gerade erst 20 geworden Und hätte mir nie vorstellen können Was nach dem Morgen folgen würde An dem Hunter Der Freund meines Stiefvaters Zu uns kam Hunter Der Freund meines Stiefvaters Okay Whiteness Ii was ist das denn? Ach ne Uhr Nein wir wollen keine Szene überspringen So weit kommt's ja noch Wir wollen uns diesen schönen Uhrenturm angucken Die schöne Musik hören Das ist eine Postkarte oder so Ein Bild sag ich ja Artyom Endlich wach wie ich sehe Hunter kommt hierher Er müsste Neuigkeiten von den anderen Stationen haben Komm Warte mal Darf ich mich mal umgucken hier Kann ich Gitarre spielen? Yeah Ich bin voll der gute Spieler Was haben wir da? Achso eine Lampe Ich muss mal kurz in die Option Äh Irgendwie habe ich das Gefühl Dass es manchmal ruckelt Was ich mir gar nicht vorstellen kann Was ist das hier? Also normalerweise Das NT-Aliasing kann ich gar nicht runter machen Machen wir das mal auf normal Ich hoffe Das klappt so Wenn das Spiel denn wieder starten würde Das wäre ja echt super Das wäre echt Schnafte Schnorke Knäfte Knafte Schnäfte 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 Tja Ich glaube Das Spiel Starte Nicht Noch Mal Neu Dann ist die erste Folge eine der kürzeren Episoden. Ich danke euch fürs Zusehen und in der nächsten Folge schauen wir uns mal um. Ja, da ist Metro abgeschmiert. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Das habt ihr mir nur angetan. Tschüsschen!